Unsere Bonk-Kaufzone rückt langsam aber sicher näher. Inwiefern wir davor jetzt noch einen 60%igen Abverkauf bei Bonk erwarten, schauen wir uns jetzt hier gemeinsam im Detail in diesem Video an. Und damit würde ich sagen, Servus und herzlich willkommen zum heutigen Bonk-Spezial-Update von Trading & Air. Wir schauen uns das Ganze hier heute hinsichtlich der Alien-Bellen-Theorie an, gehen wie immer im Intro ganz kurz darauf ein, was hat sich hier die letzten 24 Stunden prozentual getan, was die letzten 7 Tage und ja, wie sieht es aktuell mit der Market Cap aus und gehen dann rüber in den Chart, wie sieht es da aus, was ist aktuell weiterhin unsere primäre Erwartung seit dem letzten Video, welche Levels werden diesbezüglich und welche Optionen sind eben auch als Sekundär-Szenario eben noch im Hinterkopf zu behalten. Bevor wir anfangen, wie immer noch eines vorweg, ihr könnt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, falls es noch nicht geschehen, auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren und wenn ihr möchtet auch die Glocke aktivieren. Über einen Kommi, um den YouTube-Allgut zu supporten, würden wir uns natürlich auch wie immer mega freuen. Starten wir direkt rein, Bonk notiert hier aktuell bei den 0,00115 Cent und ist damit gesehen auf die letzten 24 Stunden mit 3% im Minus. Wenn wir rübergehen auf die letzten 7 Tage, sehen wir, es ist immer ein gutes Stück Abverkauf, 16,5% hier insgesamt und gucken uns das Ganze natürlich gleich hier im Chart genauer an. Sonst, CoinMarketCap sagt hier weiterhin eine Market Cap von etwas über 700 Millionen US-Dollar, damit stehen wir hier bei Bonk aktuell auf Rang 104. Gehen wir rüber in den Chart und beginnen hier erstmal auf dem Daily-Time-Film. Einfach ganz kurz, sehr interessant, einfach bei Bonk, seit unserem Low ein wirklich Coin, der extrem, extrem stark gepumpt ist hier seit Mitte Oktober. An der Spitze hier fast 19.000% und sind jetzt hier seit unserem All-Time-High einfach hier nochmal an der Spitze bis zu unserem aktuellen Preis nochmal 70% abverkauft. Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass das jetzt noch nicht wahr, sondern dass wir hier nochmal einen größeren Abverkauf eben erwarten. Bevor wir jetzt hier einen Time-Frame tiefer gehen und in die genauere Analyse einsteigen, wie immer noch ganz kurz der Hinweis, sollten wir irgendwo in Trades einsteigen, sowohl Long- als auch Short-Trades oder eben jetzt beispielsweise Spot-Portfolio-Käufe tätigen, halten wir euch da immer hier in unserer kostenlosen Telegram-Signalgruppe up-to-date. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So sehen die Signale aus. Wie immer muss dazu gesagt sein, das Ganze ist natürlich keine finanzielle Anlageberatung. So traden wir, ihr könnt die Trades nahe machen, müsst das natürlich nicht. Wir traden auf Bidget, gibt es auch einen Link unten in der Videobeschreibung, wenn ihr euch über den registriert, spart ihr euch im Endeffekt einfach einen Großteil an Gebühren, unterstützt natürlich den Kanal und habt, wenn ihr diese Signale nachtraden möchtet, überhaupt keine Kursabweichung mehr. Sonst gibt es auch hier bei Bidget aktuell noch ein Event am Laufen, das geht noch bis zum 11. März, gilt sowohl für Neu- als auch Bestandskunden, die sich eben aber über unseren Empfehlungslink registriert haben, findet ihr hier auch in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe. Wenn ihr das tut, wie gesagt bis zum 11. März, einmal 50 Euro Ersteinzahlung wird sozusagen verdoppelt, erhaltet ihr nochmal 50 US-Dollar als Bonus und habt dann einfach nochmal einen 450-Dollar-Staffel-Bonus. Heißt, wenn ihr jetzt hier, je nachdem wie viel ihr eben bis zum 11. März tradet, kann ihr natürlich dann auch nochmal hier insgesamt dann sozusagen einen 500-Dollar-Bonus hier erhalten. Deswegen gerne, falls ihr es noch nicht getan habt, darüber registrieren und direkt lostraden, dass ihr hier die maximalen Profite rausziehen könnt. Sonst, TalkNewsCube auch in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr euch hier für den Austausch in der Community interessiert oder einfach unsere kleinen Trade-Ideen oder auch Updates von unserer Seite aus nicht verpassen möchtet. Gut, gehen wir rüber in den Bonk-Chart und kurz runter auf den 4-Stunden-Timeframe schauen wir uns erstmal unseren Impuls hier überhaupt an. Und zwar gehen wir davon aus, dass wir hier einmal einen grünen Impuls nach oben bekommen haben, 1, 2, sehr starke 3, Untercounter 3 einmal in Orange, kurze 4 und dann nochmal eine letzte Welle 5. Und da haben wir hier, glaube ich, in der Phase, wenn ich mich richtig erinnere, auch ein Video gemacht und hatten ja auch bereits das 1-to-1-Assure als Resistance deklariert. Ich bin mir aber gerade selbst nicht mehr ganz sicher. Da war es auf jeden Fall so, dass wir hier einfach im Endeffekt die grüne 1 geschnappt haben, das Ganze hier an die grüne 4 angelegt haben. Und da haben wir einfach hier das 1-to-1-Assure jetzt wirklich haargenau gehittet und sind dann an der Spitze hier eben nochmal von unserem All-Time-High bis zu unserem Low nochmal 70% abverkauft. Weiterhin eigentlich halten wir an unserer aktuellen primären Erwartung aus dem letzten Video fest. Wir gehen davon aus, dass wir einmal eine A nach unten bekommen haben und einfach jetzt massiv die Wahrscheinlichkeiten gestiegen sind, dass wir hier unsere orangene B im Triangle austragen. Heißt, dass wir jetzt hier aktuell eine A, B, C, D, E eben reinbekommen. Heißt, dass wir jetzt hier nochmal eine letzte, also nach Vollendung der D, eine E reinbekommen würden, um dann, ganz wichtig, aber nochmal einen letzten Impuls hier in Richtung Low-A-Low reinzubekommen. Das aktuell unsere primäre Erwartung ist einfach am schönsten, da wir jetzt hier schon wirklich sehr lange seitwärts laufen. Es gibt jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, das Triangle zu zählen. So gefällt es uns eigentlich aktuell am besten. Gedenfalls will man hier die A noch ein bisschen rüberschieben, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Sondern, dass wir dann eben hier, nachdem wir jetzt hier unsere D vollendet haben, nochmal eine letzte korrektive E nach oben bekommen würden, um dann, ganz wichtig, einen letzten Impuls in Richtung Low-A-Low reinzubekommen. Da würde ein minimales Low-A-Low reichen, hier unter die 0,0009 Cent. Wir erwarten aber noch ein bisschen stärkeren Abverkauf, da wir eben einfach so einen extrem starken Pump bei Bonk eben im Oktober und November reinbekommen haben, dass wir eben hier dann nochmal in Richtung unseres weißen 0,32 jetzt hier zu den 0,004 Cent oder 0,0045 Cent sogar runterkommen, was eben von unserem aktuellen Preis dann hier nochmal einen Abverkauf von, ja, roundabout 60% eben bedeuten würde. Wir können mal ein bisschen näher heranzoomen, ganz kurz mal nach oben raus die Targets reinladen, die für diese weiße E eben interessant werden könnten. Und zwar, wenn wir erstmal ganz kurz hier unser reguläres Vibonautry Tracement hier einmal reinziehen, nochmal das Ganze mal kurz weiß, dass wir da Bescheid wissen, zu was das gehört. Dann sehen wir nämlich hier 0,05er wäre hier die nächste Haltestelle bei den 0,001 Cent, sonst auch hier dann erst wieder das Golden Pocket relevant, ist natürlich wie immer der Bereich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Sollten wir natürlich jetzt noch ein bisschen tiefer kommen, dann würden wir natürlich jetzt hier nochmal die Bereiche ein bisschen nach unten raus anpassen, um dann hier das Ganze gegebenenfalls sogar auch short-tail-technisch hier mit der kostenlosen Telegram-Signalgruppe hier mitnehmen zu können. Das ist aktuell so ein bisschen, was wir sagen würden, das ist das Schönste, die man das Ganze counten kann, was natürlich weiterhin noch möglich ist und verändert zum letzten Video, ist, dass wir hier unsere B, ich sag mal regulär austragen, dass wir einfach eine A eben hier nach oben bekommen haben, jetzt entweder die B im Triangle ausbauen oder eben hier eine B nach unten gesehen haben und jetzt eben nochmal einen letzten Impuls in Richtung Higher High erwarten würden. Dann würde hier nochmal das 0,05er interessant werden mit einem minimalen Higher High, sonst erst wieder unser Golden Pocket bei den 0,002 Cent, um das Ganze dann von dort aus eben short-tail-technisch mit nach unten zu nehmen. Heißt, wir halten jetzt erstmal die Füße still, gucken, wie kommen wir jetzt hier aktuell dann eben hoch, wenn wir, sobald wir hier unseren Boden, sag ich jetzt mal, unseren kurzfristigen Boden gefunden haben, kriegen wir da aus diesem Bereich, den ich euch gerade gezeigt habe, einen Impuls nach unten, dann sieht es schon mal danach aus, dass wir uns hier in diesem Szenario befinden. Sollten wir diese Bereiche jedoch rausnehmen, keinen Impuls nach unten bekommen, dann steigen wir die Wahrscheinlichkeiten, dass es sich hier um unseren Sekundär-Account handelt, heißt, dass wir hier unsere B regulär austragen und nochmal in Richtung unseres Golden Pockets eben hochkommen. In beiden Fällen wollen wir aber hier mindestens nochmal ein Lower Low hier sehen, unter unserer Wellen A Low, das ist in beiden Fällen gleich, kommt jetzt nur darauf an, kriegen wir hier ein bisschen höheres Retracement, was aktuell einfach unsere etwas geringere Erwartung hat, geringere Wahrscheinlichkeit hat, oder bekommen wir jetzt hier die B im Triangle und verkaufen dann eben noch ein letztes Mal in Richtung Lower Low ab. Kommt natürlich jetzt auch ganz darauf an, wie wir jetzt hier unsere B ausbauen, und wir können uns mal ganz kurz hier dann unsere Fibonaccis hier reinladen, wenn wir jetzt hier mal gerade sagen, okay, wir bilden hier ungefähr in diesem Bereich unsere letzte B aus, dann verschieben sich natürlich nochmal die orangenen Targets nach unten, da muss man dann einfach gucken. Je nachdem, wie hoch wir jetzt hier kommen, kann man dann hier auch bereits genauere Targets für unseren Abverkauf hier im Endeffekt bestimmen, da ist es aktuell einfach noch zu früh, das Ganze eben hier zu tun. Heißt, nochmal zusammengefasst, primär Erwartung hier die B aktuell im Triangle, dann die vorhin genannten weißen Levels hier im Blick behalten, sobald wir da einen Impuls rausbekommen, würden wir euch da auf jeden Fall dann in der Talk-News-Gruppe oder sogar per Video-Update halten, dann würden wir hier eben nochmal ein letztes Lower Low erwarten. Sollten wir die Bereiche rausnehmen, keine Reaktion hier drin sehen, dann gehen wir davon aus, dass wir hier nochmal unser weißes Wellen-A-High holen, und dann würden wir eben, wie gesagt, das orangene Golden Pocket eben anvisieren, um erst dann nochmal im Anschluss in Richtung Lower Low abzuverkaufen. Das wird es an der Stelle auch schon gewesen sein, wir freuen uns schon mal über jegliche Art von Support, gerne mal einen Like und einen Komi dalassen, und sonst würde ich sagen, Trader-Linners raus, wir hören uns entweder später in der Talk-Gruppe oder sonst morgen regulär zum Krypto-Update wieder. Bis dahin, macht's gut, und ciao, ciao.